So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börser gemeinsam mit XTB. Heute ist Freitag, der 18. August 2023 und wir wollen uns heute einen Blick gönnen auf Bitcoin. Der eine oder andere hat vielleicht die Headlines verfolgt, sie haben es sogar bis in die deutschen Medien geschafft. Elon Musk bzw. SpaceX, an dieser Stelle sein Raumfahrtunternehmen, hat wohl eine 373 Millionen schwere Bitcoin-Position aufgelöst und in diesem Zusammenhang einen kleinen Kurssturz auf den Weg gebracht. Aktuell Bitcoin ja im Fokus und ich bin auch insgesamt sehr positiv für Bitcoin, Stichwort Bitcoin ETF. Wir haben hier einen Antrag zu sehen bekommen, mehrere Anträge tatsächlich, von BlackRock, von Fidelity, auch von ARK Invest. Und die SEC, also die US-Börsenaufsichtsbehörde, die reviewt das gerade. Die schaut sich das also an, ob es dort entsprechende Erfüllungs-, ob entsprechende Kriterien erfüllt sind, um eben einen solchen Bitcoin ETF auf den Weg zu bringen. Und ja, wenn man solch eine Überlegung im Hinterkopf hat und man sieht dann diesen Flush auf der Unterseite hier in Bitcoin, wie wir uns gleich anschauen werden, dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, hat das vielleicht damit zu tun, dass dieser Bitcoin ETF eine Absage erteilt bekommen hat? Nein, hat er nicht. Also wie gesagt, das war eine Liquidation von SpaceX an dieser Stelle, die einen größeren Umfang umfasst hat und in einem dünnen Marktumfeld eben einen entsprechenden Ausverkauf nach sich zieht. Und wirft aber jetzt die Frage auf, kann man das vielleicht traden in Erwartung einer Zulassung solcher Bitcoin ETFs? Ich denke, dass das ganz interessant ist und wie man sowas machen könnte, beziehungsweise welche Gedanken da zugrunde liegen, wie man auch die Risiken entsprechend kalkulieren könnte, dazu gleich dann in wenigen Minuten mehr. Bevor wir beginnen, allerdings vorab der Blick auf den obligatorischen Risikohinweis. Die Vision CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Und bevor man mit dem Handel beginnt und oder, Entschuldigung, bevor man mit dem Handel beginnt, lade man sich bitte eine Demo herunter, teste dann risikofrei und lasse darüber hinausgehend noch ein Risikoprofil nicht nur von sich selbst erstellt, sondern auch von einem unabhängigen Finanzberater erstellen. Schaue dann, ob der Handel, wie gesagt, im Demo sich mit diesem Produkt für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, natürlich ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen auf der Website xtb.com.de. Darüber hinausgehend nutzen wir uns gerne die Möglichkeit, auch den deutschsprachigen Kundensupport zu kontaktieren. Wir fragen rund zur Plattform beispielsweise, zur Einrichtung, zur Eröffnung des Handelskontos und dergleichen. In eigener Sache ganz kurz hier ganz wichtig, alles, was ich jetzt in den folgenden Minuten präsentiere, ist rein edukativ, informativ, also ist nicht als Anlageempfehlung misszuverstehen. Das bitte berücksichtigen, ich kann meine Gedanken präsentieren, gerne könnt ihr mir auch Fragen stellen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion. Aber nochmal, das ist rein informativ, edukativ, solltet ihr Trades basierend auf meinen Gedanken hier entsprechend eingehen, so wäre es so, dass ihr alle Risiken in diesem Zusammenhang selbst bitte für euch und ausgehend von eurem Risikoprofil entsprechend kalkuliert. Hier haben wir die Kontaktdetails von xtb an dieser Stelle, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ganz kurz zu xtb als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte aufgelistet. Ein Grund mit Sicherheit die X-Station 5, auf die wir auch jetzt just in diesem Moment einen Blick werfen wollen und wo wir jetzt auch gleich den Bitcoin-Chart hier entsprechend haben und die Kerze ist unverkennbar. Wir sehen hier an dieser Stelle diesen aggressiven Push auf der Unterseite. Wir hatten jüngst ja einen fast schon regelreichen Totentanz, möchte man sagen, den wir zu sehen bekommen haben. Wir hatten offensichtlich, meiner Einschätzung nach, auf Impulse wartend rund um Bitcoin-ETFs oder Bitcoin-ETFs, muss man sagen, weil, wie gesagt, das war nicht nur ein Antrag von BlackRock, sondern auch von Fidelity beispielsweise, von ARK Investor. Da gab es also mehrere Anträge, die SEC, wie gesagt, gerade reviewed. Und wir haben in Folge der Ankündigung, ganz besonders von BlackRock hier, einen sehr, sehr bullischen Push gesehen, der uns zurück in Richtung und auch über 30.000 hat geführt. Und dann gab es eben lange Zeit gar nichts, lange Zeit gar nichts. Es gab diverse News, auch im Hinblick eben zum Beispiel auf die SEC zwischenzeitlich. Da gab es hier mal einen kurzen Flasch, die sagte, dass es ein unzureichendes, was dort eingereicht wurde, im Hinblick auf Bitcoin-ETF, den von BlackRock an dieser Stelle. Es wurde sofort zurückgekauft, also es hat sich dann herauskristallisiert, dass das ohne Probleme seitens BlackRock hat gelöst werden können. Wir hatten kurz einen Push hier auf die 31.500er Marke, und zwar im Hinblick auf eine Ankündigung, auch seitens der SEC-Querstrich, seitens eines Gerichtes, welches nämlich geurteilt hat, dass Ripple-XRP nicht als Wertpapier wohl getrackt wird, nicht eingestuft wird, ausgehend von einem entsprechenden Test, den die dort Finanzprodukte unterziehen, um eben festzustellen, ist es ein Wertpapier, ist es kein Wertpapier. Die SEC hat also hier eine krachende Niederlage erfahren. Das strahlte so ein bisschen auch aus auf Bitcoin an dieser Stelle, mit einer vielleicht kurzfristigen Spekulation, dass es hier einen erneuten Hype geben könnte. Aber wir sind dann rejected worden, also wir sind nicht durchgelaufen und sehen seitdem eigentlich hier so eine Art Totentanz um den EMA 50 seit geraumer Zeit. Also 50-Tage-Linie exponentiell geglättet. Hier in meinem Fall, ohne große Impulse, weder auf der Oberseite noch auf der Unterseite, sehr, sehr volatiles Umfeld. Ja, und dann gibt es eben hier diesen Flasch-Moment gestern. Und wie gesagt, der Grund, der sich hier ins Feld führen lässt, ist diese Headline, wie gesagt, die es zum Beispiel auch ins Handelsblatt geschafft hat. SpaceX verkauft offenbar Bitcoin-Bestände, Kryptowährung fällt jetzt um fast 12%. Raumfahrtunternehmen von Elon Musk hat seine Bitcoin-Bestände im Wert von 373 Millionen verkauft. Gegenwert, man könnte es jetzt ausrechnen, wie viele Bitcoin umfasst das und so weiter, ist auf jeden Fall im derzeit illiquiden Umfeld, welches wir hier in Bitcoin zu sehen bekommen. Ein Grund für diesen Flasch auf der Unterseite. Nun allerdings das große Aber. Ich muss gestehen, auch wenn das technisch aktuell schon fast eine Katastrophe gleichkommt, aber könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ein Bereich ist, gegen den man hier eine erste kleine Long-Position in Bitcoin aufbaut, mit dann der Überlegung, dass man von hier eine weitere Position aufbaut, sollte es zu einer Rückkehr um die 30.000-Dollar-Region kommen, sofern diese Bitcoin-ETF-Zusage erteilt wird und seitens der SEC. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Und das ist auch vollkommen unerheblich, ob jetzt Bitcoin nur die Zusage, also so ein Bitcoin-ETF nur die Zusage erhält, von den großen Playern in Anführungsstrichen. Also, dass zum Beispiel nur BlackRock ein Go kriegt, während zum Beispiel ARK Invest keins bekommen würde oder Filality kriegt ein Go beispielsweise. Und dass das dann eben nicht allumfassend ist, zunächst jedenfalls erst einmal, und als Begründung das Feld geführt wird, dass eben solche Finanzgiganten, wie beispielsweise BlackRock, in der Lage sind, besser dafür Sorge zu tragen. Zum Beispiel, dass Bitcoin, dass der Bitcoin-Preis nicht manipuliert wird oder dergleichen. Das wird jetzt dem einen oder anderen, der sich das hier anhört, sicherlich ein Schmunzeln abbringen, dass ausgerechnet bei BlackRock da die Gefahr nicht so gesehen wird. Aber das lassen wir jetzt mal stehen. Fakt ist auf jeden Fall einmal, unterm Strich wäre es auf jeden Fall ein positives Signal, vielleicht auch für Einzeltitel in diesem Bereich. Vielleicht wird der ein oder andere sagen, ja, ja, Bitcoin ist ganz interessant, aber ist mir ein bisschen zu weit weg, ein bisschen zu abstrakt in gewisser Form. Gibt es nicht eventuell auch Aktien, die dann dieser Konstellation interessant sind? Da könnte zum Beispiel Coinbase ins Spiel kommen. Coinbase als potenzieller Partner von BlackRock zwecks Verwahrung der dann akkumulierten ETFs, ähm, ähm, Bitcoins, Verzeihung, innerhalb dieses ETFs. Ähm, also unterm Strich auf jeden Fall mein, mein Ausblick hierfür ist verhältnismäßig positiv. Und dieser Flasch tiefer jetzt hier, der ist eben ganz interessant. Man könnte, man könnte eine kleine Feelerposition hier aufbauen. Wie gesagt, Plan aufzustocken mit einer Rückkehr um der 30.000. Und vor allem das Risiko einer solchen Feelerposition, kleinen Position, das könnte man begrenzen hier vielleicht auf der Unterseite, auf 24.500. Auf dieses Tief, unterhalb derer möchte ich nicht mehr dann diese Feelerposition long sein. Man könnte es auch noch ein bisschen aggressiver machen. Man könnte sich zum Beispiel anschauen, im Hinblick jetzt auf diese Liquidation, die da stattgefunden hat, was ist denn der durchschnittlich bezahlte Preis gewesen? Der verläuft tatsächlich ungefähr um 26.000 Dollar. Ist vielleicht auch als Trade ganz interessant. Für den einen oder anderen kurzfristig agierenden Trader weniger als eine, in Anführungsstrichen, HODL-Position, als eher eine Trade-Position. Riskierend gegen die 26.000, dass es hier zu einem Bounce kommt, der sich vielleicht sogar auf der Oberseite so ein bisschen beschleunigt, just in jedem Moment, wenn wir zurück über 27.000 beispielsweise gehen, was CAV-technisch interessant wäre. Also konservativere Stop-Management, reduziertere Positionsgröße, auf eine sowieso kleine Position, auf diesen Flasch tiefer läge Stop gegen die 24.500. Spekulativer, ein bisschen aggressiver den Stop gemanagt, durchschnittlich bezahlter Preis ist ungefähr 26.000 Dollar, darunter willst du es nicht sehen. Oberhalb handeln wir aktuell, also sind die Bullen in Charge nach diesem Drop aktuell. Da könnte man sich eben überlegen, vielleicht sogar gegen 26.000 das abzusichern. Scheint mir auf jeden Fall durchaus interessant. Das wäre es meinerseits soweit für heute gewesen. Happy Trading, passt auf die Sops auf, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt euch wohl, wir hören uns am Montag. Bis dann und tschüss.